Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Mein Name ist Kerstin Hart und ich sage Dankeschön, dass du hier wieder eingeschaltet hast zu deinem Lebenskraft-Podcast. Und heute ist mal wieder Zeit für einen kurzen, knackigen Impuls für einen Healthy Shot. Ja, und heute geht es um ein Thema, was du auch kennst, was jeder Mensch auf diesem Planeten kennt. Und die Rede ist von Schmerzen. Wir sind ja Menschen, die wollen oder wir wollen alle Schmerzen vermeiden, sowohl körperlich wie eben auch geistig. Ja, aber das funktioniert natürlich auf Dauer nicht. Das gehört zum Leben dazu. Das ist das Gesetz der Polarität. Gesundheit ist ja auch nicht möglich ohne Krankheit. Und es gibt eben diese beiden Pole auf unserem Planeten Erde. Und wenn du eben unter Schmerzen leidest oder ja, du suchst nach natürlichen schmerzstillenden Mittelchen, die eben komplett natürlich sind oder möchtest zu deinen herkömmlichen Schmerzmitteln etwas Natürliches eben noch tun, um diese klassischen Schmerzmittel, die ja sehr häufig sehr viele Nebenwirkungen haben, eben zu minimieren, dann habe ich dir heute fünf ganz tolle natürliche Schmerzmittel mitgebracht. Und für die Recherche für diesen Podcast habe ich auch nicht schlecht gestaunt, was es alles so gibt. Und ich möchte dir direkt so ein bisschen ins Gewissen reden, bevor wir hier anfangen, bevor ich jetzt auf diese fünf wirklichen tollen Pflanzen eingehe. Denn die Frage ist, ob du ganz viele Informationen konsumierst oder ob du vielleicht danach auch mal mutig bist und es wirklich ausprobierst. Denn es ist natürlich einfach, in die Apotheke zu gehen und sich irgendein Rezept zu holen für die Klassiker Ibuprofen, Diclofenac, Novalgin oder was auch immer. Aber was wäre denn, wenn es natürliche Schmerzmittel gibt, die du mal ausprobierst, die du einfach mal anwendest und die du dann vielleicht auch zu Hause in deiner Hausapotheke mal aufbewahrst, dass du sie griffbereit hast. Denn dann sparst du dir eine Menge Nebenwirkungen und schonst vor allen Dingen auch deine Leber. Die wird nämlich ganz besonders beansprucht, wenn wir zu viele Schmerzmittel zu uns nehmen. Also es gibt sie, die natürlichen Schmerzmittel. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, es gibt sogar den Bundesverband der deutschen Internisten. Und die empfehlen auf ihrer Internetseite sogar natürliche pflanzliche Schmerzmittel. Ja, hört, hört, es gibt sie. Ich finde es großartig, dass es mittlerweile immer mehr Ärzte gibt, die dafür offen sind. Und wenn die das kombinieren, ist das doch großartig. Ja, und ich habe dir jetzt mal fünf mitgebracht. Und das erste ist die afrikanische Teufelskralle. Hört sich schlimmer an, als es ist, aber die kann auch wirklich was. Die kommt aus Afrika und die ist sogar von den Behörden als traditionelles pflanzliches Arzneimittel zugelassen. Und die wächst in der Kalahari-Wüste und die soll bei Arthrose und Verbauungs-Verdauungsbeschwerden helfen. Und die hat starke entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung. Und wenn ich jetzt auf die anderen vier eingehe, was du dir auch schon mal merken kannst, dass alle Pflanzen, die unter widrigsten Bedingungen eben wachsen müssen und sich verteidigen müssen gegen Eindringlinge oder gegen Sonnenstrahlen oder gegen Stürme oder eben gegen Kälte und Hitze und wie auch immer, das sind meistens die Pflanzen, die eben auch bei uns Menschen eine wirklich unglaubliche positive Wirkung erzielen können. Also die Erfahrung, die quasi in so einer Pflanze steckt, die gibt sie dann an uns weiter. Und deswegen können die auch eine Menge. Und diese afrikanische Teufelskralle, die hat ordentlich lange, tiefe und sehr, sehr starke Wurzeln. Und daraus, so habe ich das gelesen, wird dann eben dieses natürliche Schmerzmittel gemacht. Das zweite, hast du bestimmt schon mal gehört, ist Anika. Und die Homöopathie-Fans, die benutzen Anika natürlich immer, haben also in ihrer Hauspapotheke Anika. Ich habe das übrigens auch. Und man kann es aber auch neben der Homöopathie als Tinktur und Salbe auf die Haut auftragen. Und Anika hilft eben bei Prellungen, Verstauchungen, Muskel- und Gelenkschmerzen und hat eben auch da eine sehr, sehr, sehr schöne und vor allen Dingen eben schmerzlindernde Wirkung. Vorsicht, Anika solltest du nicht verwenden. Das steht mittlerweile auch überall, wenn du eine Allergie gegen Kreuzblüter hast. Und du solltest es auch nicht auf offene Wunden auftragen, weil sonst eine Wundrose entstehen kann. Und das dritte, ehrlich gesagt, wusste ich gar nicht, was das überhaupt ist. Ich musste mir das erstmal genau anschauen. Das ist Beinwell. Ja, sowas gibt es eben auch und das soll bei Entzündungen helfen. Und das trägst du auf die Haut auf und fördert eben die Wundheilung. Also wenn du Verzerrungen hast, Verstauchungen, Prellungen und so weiter. Also du knickst mit dem Fuß um oder hast dir den Schädel angehauen, wie ich früher als Kind oder was auch immer. Warum nicht mal wirklich sowas ausprobieren? Und das dann eben auch mal in der Hausapotheke vorrätig haben. Denn denke immer daran, auch früher haben die Menschen Pflanzen benutzt. Und in jedem Land gab es immer diese Heilpflanzen. Und unsere Großväter, Großmütter, die wussten noch um die Heilkunst dieser ganzen Pflanzen. Und es wird Zeit, finde ich, deswegen mache ich auch momentan ein bisschen mehr Podcasts darüber, was Pflanzen alles können, dass wir diese Pflanzen eben auch wieder benutzen. Die haben nämlich eine ordentliche Wirkung. Die Nummer 4, die werde ich ganz sicher ausprobieren. Nicht nur, weil ich es liebe, sondern weil ich nicht schlecht gestaunt habe, was eben der Cayenne-Pfeffer und Chili wirklich kann. Also in so diversen schwindeligen Magazinen und Zeitungen liest man ja immer, du musst nur genügend Chili und Pfeffer zu dir nehmen, dann brummt dein Stoffwechsel. Wie verrückt, das ist natürlich Blödsinn, ja. Die wird vielleicht heiß, aber dein Stoffwechsel in Anführungszeichen zum Thema Fettverbrennung wird dadurch sehr, sehr wenig angeregt. Und ich kenne keinen Menschen, der dadurch abgenommen hat. Aber was tatsächlich in dem Cayenne-Pfeffer und dem Chili drin ist, das ist das Capsaicin. Und dieses Capsaicin, dieser Wirkstoff, der hilft besonders gut bei neuralgischen Schmerzen, also bei diesen klassischen Nervenschmerzen. Das haben Diabetiker sehr häufig, gerade bei dieser diabetischen Neuropathie, also wenn die Finger quasi taub werden, die Füße tun weh und so weiter. Und bei der Post-Zoster-Neuralgie. Und dadurch, dass gerade sehr, sehr viele Menschen Gürtelrose haben, nicht nur durch die Impfung, sondern eben auch durch den Coronavirus, es wird durch beides quasi getriggert. Es gibt sehr viele Menschen, die das momentan haben. Warum denn nicht mal ausprobieren? Warum nicht mal wirklich ganz gezielt sagen, okay, du benutzt quasi ein Extrakt, was dieses Capsaicin beinhaltet, was aus Pfeffer und Chili kommt, und trägst das tatsächlich genau dort auf. Hilft im Übrigen auch beim Hexenschuss und eben auch beim Tennis-Ellebogen. Also einfach mal ausprobieren. Wichtig ist eben, dass man gerade bei diesem Capsaicin, also beim Pfeffer und eben beim Chili, wenn man da, naja, so eine Tinktur macht, eine Salbe macht, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man das länger anwenden muss, damit diese Wirkung dann schlussendlich auch erzielt wird. Und zum Schluss habe ich dir die Weidenrinde mitgebracht. Die wirkt anti-entzündlich, fiebersenkend, ja. Vielleicht hast du auch mal ein, ja, ein Kind zu Hause, was Fieber hat. Warum dann nicht einfach mal was Natürliches ausprobieren? Oder vielleicht hast du jetzt auch gerade, wie es viele, viele, viele Menschen haben, eben auch eine Grippe und du spürst durch diese Grippe, die du hast, dass du Fieber hast. Und vielleicht mal neben den klassischen Wadenwickeln, die man machen kann, eben auch einfach mal die Weidenrinde ausprobieren. Und das Schöne ist ja, der Inhaltsstoff Salicin, der da drin ist, der ist der Verwandte der Salicinsäure. Und das ist sehr, sehr häufig in Schmerzmitteln beinhaltet. Also den klassischen Schmerzmitteln, die wir alle so kennen. Ja, das waren fünf. Fünf wunderbare, natürliche Schmerzstille. Und wenn du jetzt sehr, sehr stark unter Schmerzen leidest, dann kannst du vielleicht das eine oder andere eben auch als Ergänzung ausprobieren. Es spricht ja nichts dagegen, denn verlieren kannst du nichts, du kannst nur gewinnen. Und wenn du leichte Schmerzen hast und willst es mal ausprobieren, umso besser. Ich habe mir ohnehin vorgenommen, dass ich jetzt meine Hausapotheke mit ganz, ganz vielen tollen Kräutern und vor allen Dingen eben auch mit Pflanzenextrakten einfach mal ausstatte, weil ich tief, tief in meiner Somatik, also sprich der somatischen Intelligenz, spüre, dass wir wieder mehr Pflanzen benutzen sollten. Denn neben den Wirkstoffen, wie ich es vorhin gesagt habe, macht die Pflanze ja eine Erfahrung. Und diese energetische Erfahrung, wenn sie oben auf 4000 Metern wachsen muss, unter widrigsten Bedingungen, zum Beispiel, gibt sie natürlich auch in Form von Energie, Frequenz und Schwingung an uns Menschen weiter. Und das können wir alle nutzen und es wird Zeit, dass wir wieder lernen, umzudenken und vor allen Dingen diese wunderbaren Mittel, die uns zur Verfügung stehen, auch wieder in unser Leben zu integrieren. Ich hoffe, dir hat dieser kurze, knackige Impuls gefallen, teile ihn gerne an ganz, ganz viele Menschen und denke auch daran, wenn dir dieser Podcast gefällt, dass du mir gerne eine schriftliche Bewertung hinterlässt. Es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass ich in der weiten Welt der Podcaster gefunden werde, denn sonst geht man unter. Und dieser Podcast ist ja kostenfrei und es ist ein kleines, kleines Dankeschön vorausgesetzt, es gefällt dir, was ich hier mache, für mich. Und da bedanke ich mich jetzt schon im Vorfeld bei dir. In diesem Sinne nur das Allerbeste für dich, deine Kerstin. Und da bedanke ich mich jetzt schon im Vorfeld bei dir.